. Dass du hier schlafen kannst, das ist dir doch viel zu weich. . Bitte. Wir können ja mal wieder zusammen essen gehen. Morgen vielleicht. Lass uns telefonieren. Okay. . Paula? Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Aber ganz ehrlich, ich will es nicht hören. Paula, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich will auch nicht hören, dass wir Freundinnen sein können oder sowas. Das können wir nicht. Nicht mehr. Ja. Und morgen geht mein Flug. Mach's gut. Ziragine bei euch sind für eine Finger. Ja. Na das Lают. Ja, ich muss meinen Sche temperaturen mal zusammen. Zeit, Zeit, noch was und. Wie heißt der Königenschaft. Ich bin da.